Die einzige Frau, die davon verschundet ist, wäre Wendy. Und Levi. Die ist jetzt auch normal. Die anderen, die können einfach eine Mauer bilden, ey. Ich mag es nicht, wenn er so schreit. Also im schmerzhaften... Oh, Hippie! Hallo, Kuba-Liebere. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Oh, die Folge war richtig krass. Was sie mit Ersa gemacht hat. Oh, ja. Sie hat ihr das Augenlicht genommen und alles richtig krank. Oh, ja. Sie hat ihr alle Sinne einfach genommen. Das wird nicht gezeigt. Also Manga und dann Anime sah das auf jeden Fall brutal aus. Ja, das erfreut dich, ne? Ja, denkst du, Ersa hält sowas auf, oder was? Also wirklich. Kann man nicht aufhalten. Ja. 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 Ja, das ist Ezer, meine Waifu. Ezer ist eine Maschine, ja. Ist sie. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also mit Ezer würde ich mich niemals anlegen wollen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's für heute. Ist schon aber nur ein freundschaftlichen Wettstreit, selbst da macht sie dich einfach komplett kaputt. Du bist ein Monster! Du bist ein Monster! Saber! Man wird durch Herausforderung besser, ja klar. Ich würde Ersa nur ärgern und die Strafe für bekommen. Ich habe Angst vor Ersa. Ihr seid echt übel, ja. Ich habe Angst vor der Katze in der Mitte. Was? Vor Frosch? Der ist voll süß! Ich habe Angst vor diesen Buben. Ich habe Angst vor diesen Buben. Ich habe Angst vor den Gästen. Ich bin ein Kind von Ignir! Ich bin ein Dramatiker. Ich bin ein Dramatiker. Ich werde das Geld verdient. Ich werde das Gesicht verdient. Ich werde das Gesicht verdient. Ich werde das Gesicht verdient. Ja, das ist toll. Nein! Nein! Es ist, w millen poser youríh! cleaner du möchtest! Du bist auf der Decke���se, denn auch Kunst ab��릴ür, wyonch universitariah! Eher Wille. Erst du wie Klaue es jegem DOet! Nein! ich sag ja diese brüste saugen nicht ein und dann bist du in dieser welt gefangen und kommst nie wieder raus. So riesig sind die. Du bleibst für immer da drin gefangen. Nani? Ich will auch Nani machen, mein Stream Deck. Glaubst du funktionieren brüste nicht, oder? In der magischen Welt bestimmt schon. Nani? Das ist ein schönes Ende. Er verhungert in den Brüsten. Nani? Oh Mann ey. Parallelwelt, ja genau. Andere gehen nach Nani? Und du gehst bei den Frauen in irgendeiner anderen Brustwelt. Johnny! Dankeschön für den Resub. Im zehnten Monat. Vielen, vielen Dank. Hype! Nach Bubia, ja. Ich glaube auch. Alles gut bei dir, Johnny? Ein Fairytale ist alles möglich. Selbst die Brüste haben Zauberkräfte. Ja, ist wirklich so. In der Realität hätten Erza, Lucy, Minerva etc. mindestens Körbchengröße P. Ja. Oh, ich spreche mal kurz. Hä? Sven? What? Du siehst zum Glück gerade nichts. Sven, danke für den Raid. Mit 14 Leuten? Was ist denn da los? Dankeschön. Ich kann leider gerade nicht hypen. Mein Stream Deck funktioniert gerade nicht und Stream Elements hat sich verabschiedet vorhin. Warum auch immer. Ach nee, schon wieder hier. Ii, bah. Ach, Klaus. Alles bestens. Schlaf zwar gerade halb am PC ein, aber sonst... Ach, wenn es weiter nichts ist. Kurz halb bin wieder weg. Deswegen warte ich gerade, bevor ich hier weitermache. Danke nochmal für den Raid. Und vielen Dank. Sieh… Boah, alles. Schlafz… Schon 10 Monate. Das ist heftig, ja. Das ist echt heftig. Ich kenne Szenen aus Heavy Metal und wusste, dass ich es da aufrefonn'n ist. Was? Von was geht's gerade? So. Ja, Klaus. Gesundheit. Gut, ich mach jetzt weiter. Ich hoffe, Sven guckt jetzt nicht mehr. Wobei er es eigentlich kennen müsste. Vom Anime her. Nicht auf Schäumen. Was? Was? Wow. Wow. Los Klurak. Oh, Agnologea ist so ein dreckiger, aber so ein geiler, irgendwie. So Hassliebe. Also ich finde den von der Form her als Drachen richtig cool. Nicht Glurak, doch Glurak! Ne, Glurak ist viel zu klein. Glurak ist ein Kacken gegen ihn, ja, das ist nicht meis. Wir sind gebrochen im Rückgratstirm, ja. Oh, die Musik in dem Spiel ist so geil. Natürlich auch im Anime, aber... Ja, stimmt. Das war die beste Folge ever, wo Kenny da in dieser Brustwelt war. Die Steine waren aus Brüsten und alles einfach. Ja. Die Feuerwehr war super. Ich komme hier auch gar nicht zur Pause, ne? Ich möchte hier die ganze Zeit non-stop kämpfen. Dein Wartel-Ingenieur ist in Glurak mit Steroiden. Er muss aber viel genommen haben. Ich kann hier mal den Link zu dem Film schicken, falls du ihn gesehen hast. Können sie machen, ja. Das war bestimmt traurig, dass sie keine Katzen hat, ja. Leider allergisch gegen Katzen. Und wir sind auch noch. Der, wir haben ja zwei. Gegen die bin ich zum Glück nicht allergisch. Du hast eine Schlange. Schlange finde ich auch cool. Bei Spinnen hört es aber auf. Ist eher ekel. Keine Angst, eher ekel. Dass eine Wespe in meine Wohnung reingeflogen ist, war der Todesurteil. Anti-Insektspray. Hilf von Bastik. Oh, Wespen sind so nervig. Ich muss erstmal eine fette Tarantel schicken. Mhh. Ich bin da mit meinem Vater, die leuchten blau. Okay. Wobei das interessant klingt. Trotzdem ekel ich mich. So, sollen wir uns heilen, oder? Die Musik ist gerade so geil. Besser. Besser ist. Stell dir mal vor, du warst auf in der Nacht und siehst einen blauen Punkt über dir. Der Königspython. Der Königspython. Der Königspython. Die wurden mit der Hand großgezogen. Das ist schön. Hat man eine enge Bündung zu sehen. Die Schlange wurde mit der Hand großgezogen. Wow. 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 Genau das habe ich auch gedacht, aber ich habe es nicht gesagt. Ja. Okay. Jetzt sitzt er auf dem Thron, ernsthaft? Wow. Wann geht der mir auf den Sack, ey? Verdammte Gedanken, ja. Zum Glück wüsste nicht, was ich die ganze Zeit denke. So. Jetzt ist das P-Wort gesagt. Hihi. Wow. Jetzt hat er wieder ein Höchstformel. Boah, das Ding macht aber echt Schaden. Schaden. Ach, lustig, ich kann es mir denken. Das ist nichts mehr Neues hier, ne? Ah. Das ist aber eine Mischschlange. Da ist eine Ballpüthon drin und eine Baumpüthon. Okay. Er hat Bälle gesagt. Sind in dem Spiel hier auch sehr vorhanden, die Bälle. Du hast nie besser in meinem Kopf. Hm. Ja, geht mir auch so. Komischerweise ist dieses Spiel immer so... Es sorgt dafür, dass es hier sehr oft ausartet. Ich weiß gar nicht, warum. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele. Das ist Eskalation. Ich habe noch ein Monster gefunden. Ernsthaft? Du hast ein Monster übersehen. Klaus, was ist denn mit dir los? Vielleicht liegt es nicht an dem Spiel, sondern an die Spielerin. Ja, das kann ich mir auch nicht schuld. Nee. Ich bin voll lieb und so. Ach, Mann. Nichts, wenn ihr es in jedem Spiel aus hattet, liegt es vielleicht nicht am Spiel. Danke, Mod. Danke. Fällt der mir im Rücken. Ja, ja, genau. Es ist so. Ich werde auch nur gemobbt, Klaus, ja? Mods sind immer schuld. Ich modde das Game noch. Ich spiele es auf der Playstation. Falls du jetzt diese Art von Mods meinst, dann werden wir mir alle nackt. Dann werden die Boots noch riesiger. Mann, woher weißt du das? Scheiße. Neu hier und weiß direkt Bescheid. Bin ich so offensichtlich? Ich bin so offensichtlich. Ich bin so offensichtlich. Ich bin so offensichtlich. Ich bin ein bisschen dabei. Aber ich weiß, dass wir Aethereus, dass wir die Zeref in der Lage sind, die eine große Stabilität zu kommen, die die Zeref zu kommen. Das ist ein Wichtiges Wichtiges Wichtiges. Die Zeref zu kommen. Die Zeref zu kommen. Die Zeref zu kommen. Die Zeref zu kommen. Diese Wichtiges sind. Die sind alles, die eine Wahrheit zu tun. Zeref ist ein Wichtiges Wichtiges. Zeref ist ein Wichtiges Wichtiges Wichtiges. Ah, ich hatte mal so viel zu erzählen. Das ist ein offenes Buchlist. Das Buch da ist aber zu, ja? Er ist auch gut. So wie ich. Das ergibt alles keinen Sinn. Egal. Es ist warm. Komm, bring es zu Ende, Junge. Du hast schon 8 Liter getrunken, was jetzt? Ich dring mehr. Oh, mein Stream-Element ist wieder da. Wee! Mia! Hatte einen Grund, warum ich es direkt gesagt habe, mir gefällt es hier. Ich habe zwei Liter Echsen ohne zu stoppen. Respekt! Ich trinke sehr schlecht. Ich habe noch nicht mal einen Liter heute. Das ist nicht gut. Sollte wirklich mehr trinken. Ich trinke mehr als ich esse. Ich hatte sowas mit den Kanalpunkten gemacht. Mit dem dann einfach Spam. Genau das ist passiert, darum habe ich es auch rausgenommen. Ich musste alle 3 Sekunden was trinken. Ja, ich weiß auch nicht, was man mit den Punkten machen soll. Ich habe auch keine Ahnung. Ich finde das mit den Kanalpunkten halt... Weiß nicht. Lustig. Aber mehr auch nicht. Hm. Das ist immer cool. Oh, scheiße. Ich habe was verkackt. Hm. Wie machen wir das? Hui! Also ich schicke das bald früh ins Bett. Aber wie gesagt, nur Montag und Mittwoch. Freitag ist immer Eskalationspark. Teufelsschlechter schlachtet Teufel. Genau. Ich habe mein Sub-Subsound. Ich habe mein Sub-Sound. Und diesen alten Windows-Fehler als Sound, um alle zu verwirren. Aber jetzt war kein Sub. Nee, das war's nicht. Okay, dann bin ich verwirrt. Das Spiel ist unlogisch. Da hat Gray oben rum was an. Manchmal zieht er sich aus, aber sehr selten. Nee, er hat ja was aus. Das ist sein... Diese Devil... Ach, was weiß ich. Ich bin müde. Ist ja nackig. Wendy's da, also kann sie uns heilen. Sobald eine Cutszene kommt, hat er wieder was an. Ja, das ist wirklich unlogisch. Das stimmt. Heal! Danke. Bei einem milden Kanalpunkt macht Liz einen Erza-Cosper, dass sie genauso aussieht. Was? Kriege ich ne Rüstung her? Aber wie viel Runden muss ich eigentlich noch gegen den kämpfen? Geht mir richtig um den Sack. Geht mir richtig um den Sack. Geht mir richtig um den währenddessen. Verstehend. Geht mir richtig um den Sack. Geht mir richtig. Geht mir richtig um den Kuchen- Geht mir richtig um den Sack noch einzeln. Geht mir richtig um den Kuchen- Geht mir richtig, ist es natürlich. Oh, diese Flie- Fuck. Ich hätte sie töten können. Mistvieh. So. Bei Amazon gibt es das Samurai-Outfit als Cosplay. Aber... Davon habe ich ja da nichts. Ihr seht ja meine Beine nicht. Ihr seht ja nur meinen Oberkörper. Da wäre eine Rüstung dann sinnvoller. So schön im Sommer. Bei 40 Grad. Nice, das würde ich sehen lassen. Niemals. Ich glaube, das ist halbe Outfit, dann muss ich nur den halben Preis zahlen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Du und der Stall werden eins werden, ja. Ich kann ein Spiegeleier auf der Rüstung braten. Ja, mach mal jetzt. Super Saiyajin-Film. Super Saiyajin-Film. Was die für ein Haspray nutzen. Bandagen habe ich hier, ja? Bandagen habe ich hier, ja? Steig. Ich bin Hüge-Film. Ich bin Hüge-Film. Dann kann ich mich sehr aufhauen. Das kam für eine Flüssigkeit. So ist die Flüssigkeit der Rüstung, die Flüssigkeit der Flüssigkeit der Flüssigkeit der Flüssigkeit. Das kam auch bei uns. Na, was die Flüssigkeit der Flüssigkeit der Flüssigkeit der Flüssigkeit ist? Ich bin riesig. Ich bin pen화 Britann. Hmm... Die Power-Locker aus der Kamera-Kill. Okay, du wirst aber viel bannen müssen, wenn du mit Mandagen bekleidet im Streamsist. Nee? Hallo? So, macht mir jetzt hier ernst. Endlich Arbeit, boah. Seid doch froh, dass hier nicht so scheiß Stimmung ist mit irgendwelchen Idioten. Soll ich, soll ich Just Chatting machen? Dann kommen sie alle. Mit so mein Penis in! Komm, wir haben so diese Kommentare. 159, 199 Dollar, er ist zum Cosplay. Das ist auch ein stolzer Preis. Ja, das zeigt mir. Nicht mein! Ich hab kein. Das wüsste ich. Gut, dass ich kein Idiot bin. Nee, wir sind nur alle seltsam. Aber das ist okay. Hallo, Elo-Trix. Ich bin Dank. Ich bin jetzt kein Vieh geschafft. Ja, okay, kann gut sein, vergibt Sinn. Ja, wir sind alles Trolle, das stimmt. Wir trollen zurück. Ich höre, das ist so ein guter Anime für mich. Ich werde mir das Spiel auch noch irgendwann holen. Macht das, macht echt Spaß. Aber ich würde wirklich warten, bis es ein bisschen billiger ist. Ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich nicht mehr so, dass ich nicht mehr so, dass ich es. Aber es wird nur noch nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin jetzt schon mal. Was hast du vor, als nächstes zu zocken? Ich habe unten in der Info stehen die ganzen Sachen, die ich als nächstes spielen werde in den nächsten Monaten. Dazu gehört Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk, Watch Dogs, ein paar Indie-Games, Horror werden auch wieder dabei sein, also Horror-Games. Ja, nach dem Spiel weiß ich jetzt noch nicht, da würde ich gerne so ein Spiel ausprobieren, Kill It With Fire, das ist ein Spiel, wo du Spinnen töten musst, auf lustige Art und Weise. Mal gucken, wie das ist, so ein Indie-Game. Und mal gucken, ich kram mir irgendwas raus. Mach doch mal ein Minecraft-Server für alle. Wow. Minecraft habe ich immer privat gespielt, aber das ist schon lange her. Wie? Ja, das ist schon immer. Geh, nein! Wir werden vom Kunden ausprobieren. Jemand und weiß,cross dich, wie das nicht. Das, äh, CD Projekt will doch, dass man, äh, dass man so eine Zensuroption bekommt. Also ich hoffe, dass die es wirklich auch reinbringen. Weil die wissen jetzt genau, dass man das nicht auf Twitch schon so zeigen darf. Also wenn kein Zensurbalken dann auftaucht, dann kann ich es leider nicht im Stream machen. Weil ich kenne mich, ich werde alle Vögel in Cyberpunk. Also, so wie in Assassin's Creed Odyssey, halb Griechenland, ist halt, mein Charakter wird eine kleine Lieber machen. So, dann komme ich auch mit 30% Rabatt. Nice. Wäre für mich kein Verlust, wenn du es privat spielst. Für mich schon. Ich würde es gerne im Stream spielen. Ja, ich will ja, dass es auch endet. Warum will der 10.000 Mal bekämpft werden? Uh, extremer Modus. Oh, uh. Kommt die jetzt her? Hat einfach keinen Schaden gemacht. Das ist ja jetzt gerade die... Egal. Ich rede darüber nicht. Ich kann als Useless. Ja, aber richtig. Was war das? Ja, toll, jetzt kriege ich die nächste, die Useless ist. Ich meine, alle Lucy. Mit Lucy Kick, was würdest du denn jetzt machen? Oh, keine Ersa oder so bekommen? Nein, liegt der gerade in der Ecke. Ohne Stich. Was ich auf der EGX von Cyberpunk gesehen habe, verspricht schon einiges bei der Stundendemo, die gezeigt wurde. Du warst auf der EGX? Cool. Ich auch. Muss ich... Kann ja jetzt noch einen Schlüssel zerbrechen. Ey, das ist fies, ja? Das war wirklich böse. Ja, sieht ja super aus. Von allen Charakteren, ne? Kriege ich jetzt hier... Hm. Ich hab hier nur negative Status-Effekte. Das ist ja toll. Ja. Sollte das vielleicht irgendwie erst mal heilen. Boah, verdammte Arzt. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Der Hegel hat einfach nichts gemacht, ja. Der ist gerade sehr überpowered. Ich weiß nicht, was wir zu uns helfen können. HP 0. Geil. Ich hatte noch nie einen Gegner, der das... Der das so verhindert hat. Was nützt man denn da? Geht's jetzt besser dazu? Okay, dazu geht's jeder besser. Wenn du jetzt stirbst, den ganzen Spaß von vorne, ja. Hurra. Hurra. Ist auf jeden Fall toll. Ich bin ja nicht. Wird's, wenn so wieder geheilt. Das erste Mal, dass du minimal taktisch arbeiten musst, das ist wirklich so. Und die Uhrzeit. Ich bin sehr konzentriert. Das ist 4.03 Uhr? Was? Wollt mich gerade verarschen, oder? Ja. Das ist 4.03 Uhr. Er hat schon die ganze Zeit mit uns verschwendet. Wie immer. Furchtbar. Oh, Final Fantasy 7, oh ja. Bin ich mit aufgewachsen. Ich bin ein Aptal. Ich bin ein Aptal. zwei stunden ist feierabend ja toll der hält mich halt gerade voll auf praktische klimzüge war das ätzend ich habe bestimmte stunde oder so damit verbracht ich habe alles gehasst ekelhaft also beim remake jetzt mit kopfschmerzen die gleiche scheiße wie eben ich kann das nur einzeln als kräfte schon wieder an ach komm lass ihn ruhe ich hab doch gerade ist geil ich so mir auf den sack junge ja Das war's für heute. Okay, los ist es dann, ne? Hm. Ich weiß nicht, was ich gerade machen kann. Ja, sorry. Okay. Okay, das geht auch. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht. Oh, es ist dann ernst. Ich werde ihm kick reagieren jetzt. Wow. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tut. Ich weiß nicht, was ich tut. Und ich weiß nicht, was ich tut. Die Musikkriege ist, was ich tut. Ich weiß nicht, wie ich tut. Sie sind in der Kiste. Oh nein, nicht wieder Kana. Nein, das bringt doch null. Kana, stell mich schon mal an. Das war sehr extrem, schlecht, schlecht. Und Lucy macht den Rest, ne? Die macht den letzten Schlag, ey. Er wurde zu Tode gekickt. Ja, hoffentlich ist es schön in die Nüsse. Alter. Boah, Natsu hau den endlich ins Gesicht. Ein Zahn. Und jetzt geht es weiter, wenn ich das kleine Zahn. Ich habe keine Zahn. Ich habe einen Zahn. Ich habe keine Zahn. Ich werde es noch nicht verletzen. Ich werde es nicht verletzen. Ich werde es nicht verletzen. So, Natsuskosso hab ich auch mal bei Indicatorat gewonnen, als ich die Drängen von Macht gemacht hab. Das war ja ein Nervensack! Aber verständlich, ne? Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Das war's.